Das war die Nacht, in der er nach Hause kam. Nun kommt Halloween 2. Das Grauen dieser Nacht kehrt zurück. Wer ist da? Ein Wesen, das man nicht erklären kann. Nichts, wovon wir etwas wissen. Da ist nichts, was menschlich wäre. Soll das ein Witz sein? Ich habe mich zu Tode erschreckt bei diesen Kindergeschrei. Sie wissen doch gar nicht, was tot ist. Janet, trugen Sie Mr. Garrett an. Wir haben Probleme mit dem Telefon. In dieser Nacht ohne Ende wird er dich finden, wo du auch bist. Sehen Sie sich das an. Das ist ein keltisches Wort. Es bedeutet Herr des Todes. Herr der Gerrit? Ah! Halt mir! Halt mir! Halt mir! Nach der Klapperschlange ist Halloween 2 der neueste Film von John Carpenter, dem unübertroffenen Meister des Horrors. Das Grauen kehrt zurück.